Seit 6 Stunden schon die Feuerwehr, die Polizei und sie bringt es nicht in den Griff. Alle Hauptstraßen abgesperrt. Immer was los im Mingen. Na super. Noch steigen die Rauchwolken aus dem Hotel Goldener Kochlöffel. Wenn wir Kaffee machen, so können wir es nicht. Na, wenn wir hinter für so eine Kaffeepause einlegen. Außerdem ein Aufwand. Wenn wir Fluchen gehen. Da, wo wir jetzt schon? Ja, da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017